Hallo zusammen, Thomas hier. Einen schönen guten Morgen aus meinem neuen Studio in München unter Haching. Ich bin gestern am 1. Dezember aus Lissabon kommend auch einer derjenigen gewesen, der in diesem Schnee-Chaos in München abgesoffen ist. Zwei Flüge nach Düsseldorf wurden annulliert und dann habe ich irgendwann nach vielen Telefonaten noch ein Hotel gefunden, was tatsächlich noch zimmerfrei hatte, denn das war auch ein Problem. Die wollten alle irgendwo übernachten, die Leute, und habe dann irgendwann hier um 1 Uhr nachts eingecheckt und habe heute Morgen relativ viel Zeit, denn auch mein Zug, den ich gebucht hatte, denn fliegen tut hier heute gar nichts, wurde auch gestrichen. Jetzt hoffe ich, dass ich heute um 12.50 Uhr mit dem ICE von München nach Düsseldorf, nee, nach Essen, endlich mal hier wegkomme. Dementsprechend habe ich viel Zeit. Ich hatte aber gestern auch schon geguckt, aber heute Morgen habe ich gesehen, Lightroom Classic gibt es endlich in dem Update 13.0.2. Will sagen, die Fehlerbehebung ist jetzt endlich fertig. Adobe hat sich sehr viel Zeit damit gelassen. Ich denke, das ist aber auch gut so, denn ich habe so die wesentlichen kritischen Dinge eben mal schnell getestet. Ansonsten findet man keine Informationen bei Adobe, da steht nur kritische Fehler wurden behoben und die waren ja auch kritisch. Also ich habe die wesentlichen üblichen Verdächtigen getestet, die nämlich auf Windows bei 13 nicht liefen und die auch mit 13.01 auf dem Mac nicht liefen. Es gab ja eine ganze Reihe, die hatten wahlweise auf ihren Windows-Geräten Schwierigkeiten und es gab eine ganze Reihe, nicht alle, die hatten auf ihren Mac-Geräten Schwierigkeiten. Ich gehörte auch dazu. Heute Morgen also installiert hier im schnellen Hotel-WLAN das Holiday Inn in Unterhaching und es läuft stabil und ich habe die üblichen Fehler zumindest nicht gefunden. Ich habe heute keine Gelegenheit gehabt, alle Funktionen zu testen, aber die, die vorher funktioniert haben, sollten vielleicht auch jetzt weiter funktionieren. Das Update muss also gestern Abend unserer Zeit, heute Morgen unserer Zeit irgendwann von Adobe nachgeschoben worden sein. Diejenigen von euch, die also jetzt immer noch auf das Update warten, Ich denke, jetzt könnt ihr weitestgehend unkritisch das neueste Update 13.0.2 installieren und das sollte jetzt sowohl auf Windows, da habe ich es noch nicht testen können, ich bin ja noch hier unterwegs, und auf dem Mac auf jeden Fall auch laufen. Testet es aus, sollte es wirklich Schwierigkeiten geben, ihr könnt immer auf eine vorherige Version über den Adobe Cloud Installer zurückspringen. Das ist also dann nicht ganz so dramatisch, kostet nur ein bisschen Zeit. Also, Adobe Lightroom Classic 13.0.2 ist raus und die Fehler scheinen ebenfalls auch raus zu sein. So, und jetzt gehe ich gleich mal frühstücken und hoffe, dass mein Taxi mich rechtzeitig zum Bahnhof bringt und dass ich dann um 12.50 Uhr mit dem ICE irgendwie heute nach Essen komme. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020